Wenn wir bis morgen nicht durch Zufall genug für Cold War zusammenbekommen, ich habe ja kein Announcement gemacht, schwöre ich euch eins, werde ich das hier morgen trotzdem hart durchziehen. Auch wenn diese Karte von Maltchen Malt mal schlimmer aussieht. So, ich kann die längst bereiten. Ach, hier geht's sogar hoch. Der liegt gerade, der liegt gerade, der liegt gerade. Ich muss mich auf der Seite, der liegt gerade. Danke. Diese Movementgeschwindigkeit ist viel zu hoch. Also, viel zu hoch. Guck mal, Leute, wie schnell ich sprinte. Da kann mir keiner erzählen, dass das schon immer so war. Eая, was ich in Ordnung? Und dort. Unter Highness, ich rote die Tür hin! Wisst ihr was, denn wäre ich jetzt zum besten Spieler der Welt. Sagt mir ich kann nicht über den Zaun springen, sagt es mir bitte, denn der Zaun ist 2cm hoch. Da bin ich absolut verdient gestopft, absolut verdient. Ich wurde meinem ganzen Leben... Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so hart gescannt. Ich springe über den Zaun, der Zaun ist 2cm hoch und ich kann nicht über den Zaun springen. Es geht nicht. In diesem Game könnt ihr über nichts springen, was 2cm groß ist. So gut gespielt da. Links von ihm. Zu gut gewonnen. Das ist einfach so weit weg. Kann ich euch den Weg weg? Das ist ein Weg zu haben. Das ist nicht so weit weg. Einer hat es sich zu drehen. Ich verstehe was ich nicht. Wollen geschen. I run him up. Ah, I run him up. Ah, montiert. Was er ein Fliecher? Okay, er ist hier eh, ich schlafe es. also ohne witz man wird hier von jeder seite angeschossen in diesem game ich werde von allen seiten eingeschossen das ist dein gefühlt aus zwei stück was ist das denn? ok weiß keiner es ist so unübersichtlich es ist so, es ist so. es ist ein Mensch, es ist ein Mensch es ist ein Mensch ich will es nicht mehr es ist ein Mensch es ist ein Mensch wie es ist es? Ich kann nicht mehr so machen. Es gibt einen Blink. Ja, ich bin ein. Entschuldigung, ich bin ein. Ich habe einen Fluss. Ja, ich bin ein Fluss. Ja, ich bin ein Fluss. Raps, ich hoffe, ihr habt einen sehr schönen Stream gehabt, mein bester. Oh nein, ich muss nicht da rein. Das ist doch noch einer. Oh nein, ich muss da rein. Aber wo? Ich lebe auf. Ich werde das auch nicht mehr nehmen, aber wir können rausgehen. Ich hoffe, das wir versuchen euch zu verdienen um, und ich bleibe auf. Die sind jetzt nicht so weit. warum ist das kein bruder ist das deren ernst ich habe einfach doppelt so viele kids wie alle drei zusammen danke ja wir spielen eine 4er kd wöchentlich die kd ist da relativ egal kommt auf den vpn an auch die geofans auf alles mögliche ich bin mit dem vpn, ich bin mit dem vpn, ich bin mit dem vpn wir werden sie mit dem vpn, von dem vpn vpn, vpn, vpn wo produção es will es sieht es ist es ist es ist oder es ist es ist Wo kommt man hier raus? 17er bomb let's fucking go you